Jetzt! Jetzt! Uli! Uli! Wir sind gerade nach Hause gekommen. Wir sitzen gerade in Krabbel gucken. Wir sind ja... Wir sind jetzt Homeboy. Wir sind mal Rumba? Homeboy. Wir sind zu Hause. Homeboy? Was ist denn? Homeboy! Uli! Wir sind zu Hause. Du alte Wichsch-Manschette. Wir wollten hier nochmal... Alter, wir sind stramm. Uli! Alles was vorher war, vergiss es. Heute haben wir alles abgerissen. Wir sind stramm wie die Nattern. Wir sind stramm wie die Nattern. Du alter Wichserlau. Boah, wir wissen gar nicht, was wir sagen wollen. Also übrigens, wir wissen doch nicht, wo wir sind. Na komm, jetzt sag du mal was für Nipptiges. Ja, wie? Ja, du sagst immer, du kannst da. Ja, Rumbaul. Wer ist Rumbaul? Okay, dann soll ich probieren? Ja, ja. Pass auf, Uli. Jetzt fangen wir nochmal bei Null an. Uli, ich ras mich hier zusammen. Das ist Rumbaul. Rumbaul? Du hast gesagt, wir sind Rumbaul. Uli! Wir sind im Hotel. Und wir sind kernvoll. Ne, ist nur Rumbaul. Wir sind stramm wie die Nattern hier. Aber, aber, aber nicht vergessen. Ne, alles, alles Gute zum Geburtstag. Furt, du alte Schwulette. Wir sind Rumbaul. Du bist ein Arsch, ey. Du warst jetzt noch der Rumbaul? Ach so, und der Furt ist leiser als ich. Uli, wir sind Rumbaul. Uli. Boah, du bist, bitte wieder voll Uli. Ja.